ja moin damit haben wir uns willkommen zu einer neuen folge stecken 2 aber wir arbeiten uns hier heute hoch sind wir schon cool ja aber gegen takao takaota würde ich jetzt nicht spielen wollen er heißt zum takao takaota wahrscheinlich japaner die kompetition ganz schön oft sehr ich nach dem steilen anfang gerade ist aber dann kommt noch mal eins meiner jüngsten liter hallo hallo mit dirigentwechsel geiles lied aber das wirst du wieder nicht dann raven wir nachher noch ein bisschen und wir gucken auf die kleine kokette katinka kleine kokette katinka können überhaupt nichts anfangen mit diesem das war ja so gehypt vor dem wettbewerb nicht kokette kokette dafür brauchen wir mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien überhaupt nicht ab schade für die frau dass die stühle scheinbar aus waren ja und die socken auch ja ddr wochen also die die ist wirklich riesig gehypt worden ich konnte das mit überhaupt nichts abfangen mit ihr sie sie jala zu rum grüner mode mit der grund der gymnastik ball wir brauchen mehr mineralien gymnastik mond die wurde richtig aber gut schweden wird sowieso immer gehypt und macht dann immer ein aber kram das schweiden schweiden das ich bin heute so aufgestanden wieso wie sie eine hatte gerade so eine frisur als würde sie das nachstellen und ist sie es hat sie diesen beat von was ist das für eine werbung die bankwerbung glaube ich und nicht so viel werbung müssen wir brauchen mehr mineralien ich würde auch gern weniger werbung gucken aber die drücken haben das ja rein und sind plattform dafür brauchen wir mehr mineralien haben sie ja sogar die blocker umgang weil ich übrigens rechtliche frechheit finde die sollten da hat hier ist so halten und vernünftige entwickler haben ich habe sogar ein block plus blog aber nicht bei meinen youtube videos oder youtube premium kaufen ich mache da keine unterschiede eine so alles okay wenn ihr das wollt könnt ihr auch mal blocken ist ich verdiene sowieso nichts mehr dran warum nicht das war noch nie viel aber die zeiten diesmal waren sind auch noch die stütze dieses systems aber das schöne zum beispiel ich um das noch mal zu ich gucke ja fußball bundesliga inzwischen auf niederländisch und die haben keine werbung nicht in diese komische elwerbogen verweisen auch nicht darauf dass sie morgen noch mal formel 1 kommt und es gibt auch keinen komischen kali in der halbzeit oder luther matthäus der man meint er müsse sein selbst zu allem dazugeben das ist echt schön leider machte ich keinen dfp pokal ich muss mir noch überlegen wie ich es das war das mit gulas so das habe ich dir glaube ich sogar vorgespielt aber spanien ja was spricht man wenn wir zu ihr land sagt spanisch nicht in spanien geguckt sondern das war südamerikanische spanischen das nicht unterscheiden ich habe ja sogar spanisch a1 ja mal gemacht vor stau auf der a1 jahren das ist das lied mit dem höchsten ton ich finde zwar ein bisschen doof für die argentinien dass in argentinisch jedes zweite wort messi ist aber muss ich ja nicht gut finden das letzte lied war nix das ist so ein barbie verschnügt jetzt kommt hier gleich sugar uns fehlt energie unsere truppen werden in die mangel genommen das ist das perfekte werbelied für coca cola ich dachte eher an mir minus ich habe mich im hintergrund gehört ich habe die fetis sogar wenigstens hat sie dance moves ob sie gut sind möchte ich jetzt nicht beurteilen dafür hat man spire gescoutet das ist schlecht dann manchmal zumindest auf meine bases ja er greift jetzt mit kass an ganz viele kass kommen wir brauchen einheiten bitte auch zu meiner natural runter ich hab mein spy übrigens gecancelt warum ja weil er den scoutet hat Hilfe kommen sie hier hin sarok bitte sehr gut ja das hat aber gekostet bei dir ist ein gelandeter viking ich spiele übrigens jetzt auch einen harten switch das ist gut weil der mich ja gescoutet hat unsere truppen werden in die mangel genommen deine truppen werden angegriffen was ist da denn ein bei dem mineralien cluster gibt es nichts mehr zu holen ich habe jetzt aber angst wenn die vikings landen ich bitte bleiblock das ist auch schlecht was machen denn meine einheiten hier jetzt hier der längste ton warum man weiß es nicht ja dann hat sie auch kein atem mehr da waren schon ein paar danach kleine konkrete katinga während wir links durchs bild fliegen der letzte war auch nicht so für mich der creep nervt die energie nicht den kateren blonden lock und fehlt energie datt mit trippel zweige deine kokette katinga und diese warum gucken die so jetzt nach da und das ist nicht das licht aus battle cruiser eben fertig geworden wir brauchen schilder rott riva die gefahr ich glaube ich habe sogar das gestimmt der tag fährt auch mit warum für der tag die basis unserer verbündeten steht unter beschuss ich glaube ich kennst du mal ja unten hast du während das alles verloren aber ist egal das war nur eine base die ich gecancelt gekriegt habe uns fehlt energie bei dem mineralien klassen die kokette katinga habe ich die energie nicht da ist schon wieder einer ich bleib bitte vorne die kleine kokette katinga die kleine kokette katinga die kleine kokette katinga das ist jetzt ärgerlich für deinen bbf aber egal kleine kokette katinga ich laufe an allem vorbei weil ich marken wollte unsere verbündeten werden angegriffen kokette katinga viel text haben wir nicht ne das macht nix mein gott überall sind jetzt die sachen warum habe ich die eigentlich nicht doch hier das gedacht dafür reicht die energie nicht lalalalala lass mal pushen oh da ist er schon wieder ja pushen einfach ist egal unsere basis wird in die zange genommen deine tropen werden angegriffen unsere verbindlichen klaster ist eine neue königin geschlüpft ein mineralien klaster unsere tropen werden in die verbindeten werden angegriffen Oh Lokas Oh Lokas äh ziemlich viele der sieht nicht gut aus für uns ja ein bisschen tot dadurch habe ich alles verloren ja ist richtig verdammt unsere drohnen bekommen ganz schön eins auf die äh scheiße was wollen wir dagegen denn machen hätte ich mal weiter am 1 2 genommen das wäre einfach gut gewesen aber ich dachte dann macht es ja keinen sinn jetzt weiterzumachen damit ich gebe dem letzten der kroketter katinga g2 das ist gut ich gehe schon mal eine 3 ne ja wenn sich warum wird mein tonig leise hallo das problem ist ich mache das inzwischen mit der extra dem extra mausrad was ich habe ich habe ein zweites mausrad ähm und wenn ich in excel bin scrollt er damit nach rechts extra excel funktion aber ich würde sagen wir müssen jetzt kurz mal die folge beenden leute macht's gut tschüss tschüss schau 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 schau